recht herzlich willkommen zur folge nr 46 von towns in der zweiten staffel ja letztes mal sind ein paar gestorben zum schluss und wir hatten einstellungen da wahrscheinlich die dann nicht so dolle waren so jetzt geht es wieder weiter ja da ist es so gewesen dass wir ja hier irgendwie drei leute auf einmal verloren hatten und die happiness fiel dann mit mal runter das lag daran dass sie gestorben sind 120 immer jetzt ich hatte letztes mal noch geguckt da war es 21 starben dann drei und dann hatte ich noch 17 irgendwie gesehen aber naja gut jetzt müssen wir gucken dass es hier einigermaßen vorangeht hier immer noch geguckt was da alles eingelagert werden kann was der auch jetzt gerade machen ok und ja was sollten wir tun wir sollten schauen dass unsere happiness höher wird wie ist das mit kerzen und sowas hier unten sind noch deko sachen die noch gemacht werden müssen irgendwie klappt das da nicht hier haben wir schon was hingekriegt in dem sinne da ist auch aufgeräumt was ist das hier kupfer kupfer hammer und mass in statuen wie sieht es hier oben aus da ist nur eine kerze mehr deko vielleicht sollten wir mal gucken dass wir neben den kerzen irgendwie noch eine dekoration jeweils hinkriegen damit es ein bisserl besser wird so dass und eine dekoration von außen sparen das sind diese genau dann würde ich sagen sollten wir schauen dass wir irgendwie sowas hier mal gerade hin machen so ganz willkürlich nach die kann man so setzen alles klar machen wir mal so und da mal das mal so naja und dann sollten wir vielleicht diese anderen geschichten auch noch machen oder ein bisschen blau der berg soll ja noch mal irgendwann weg nehmen wir mal die roten machen die dahin aber nicht so viel fällt mir gerade einer wir sind schon wieder unterwegs und bauen und bauen und bauen und dann ist das mit der deko auch nachher hinfällig in dem sinne weil die stimmung mies ist weil sie so viel machen müssen 18 super was macht er jetzt erholt irgendwelche knochen und was machte aus den knochen gute frage ich glaube den knochen ja verbrennt er die er verbrennt die gut das ist ja schön knochen machen negative stimmung wenn ich das richtig verstanden habe da liegt brot zweimal mehl haben wir da und hier ist not raw snow steak 5 vier brote standen da lagen da drinnen da ist eine birne geht zu essen haben war so ist ja nicht da kommen wir hier oben oder nee das haben wir gar nicht gebaut das war schon aber hier ist schon einer hingekommen cool und da kommt schon der nächste ach das ist ja mit stein das wird dann nach oben gebaut ne hier mason area das spiel ist in pause kann das sein oder nee doch nicht so 08 die bauen das hier direkt weil das nichts besonderes ist oder wie sehe ich das ja so sieht aus okay auch schön wir können mal eine stufe schneller machen schon ist die deko da okay das sieht denn hier mit happiness aus 18 ist gerade schlecht mit der deko welche person läuft da wohin und jetzt irgendwas geholt schauen wir mal was die geholt hat jetzt ein stein dabei und dann gibt es wahrscheinlich ein blumenbeet oder sowas na die andere person ist verschollen aber ist jetzt auch egal ist dass diese person gewesen kann das sein okay hat so einen kleinen busch holt das kommt hier unten wahrscheinlich hin oder ja zweimal schon wunderbar er platziert ja auch dass hier auch was hin muss okay treide wird abgebaut für brot stein aber nur noch drei da jetzt die frage na wie will unten denn es noch hier irgendwas rum liegt also gar nicht ob man irgendwo steine rumliegen so hier gucken da ist kupfer was machen die hier jetzt waren wir laufen dahin und hohe grüne perlen ich weiß gar nicht wofür jetzt grüne perlen brauchen es ist gerade auch die frage ob wir noch steine haben aber ich glaube hier bestimmt nicht gut da müssen wir wahrscheinlich ein tiefer zwei tiefer hier was abbauen damit mit der stein nachschub haben hatte hier war die treppe sie irgendwo ja da gibt es aber da ist das wasser also geht das nicht ja ich glaube wir brauchen noch mal gerade hier was ab da ist es ja möglich da auch da auch und den da auch noch bitte liegt da kupfer hat jemand vergessen da auch noch da auch noch oder spiel ist in pausen da steht jemand aber wieder angreifen und zwar hier sind zwei spinnen unterwegs super das ist jetzt nicht so ganz so viel haben uns keine falsch rumgescrollt vielleicht nehmen wir noch obererisch irgendwo was weg und das war unser gebiet hier und hier sind ja auch steine naja da waren wir schon zugange ja da würde ich jetzt ganz einfach sagen und andersrum auch zack weg und die zwei spinnen sollten uns jetzt nicht stören lassen wir weiter laufen dann haben wir da auch noch drei sechs sieben acht steine hier und eine ganze ebene weg gucken ob da einer klopfen kommt oder da liegt nur ein stein ein stein der ist aber nicht tot oder so ok da kommen sie irgendwie wohl nicht dran an die see oder das da wird der ertrinken ich glaube das lassen wir besser nicht so gute ideen da ist eine harfer die an der falschen stelle steht auch gut da war noch keiner bei da ist ein held der da unten rum läuft stopp so das ist fertig geworden hier hatten wir noch was das ist aber nicht gemacht worden hier ist fertig hier oben hatten wir auch noch was da ist aber auch nichts passiert okay er hat sich ein brot geholt was denn hier in dem da müsste auch mal was rein dann ist auch nichts so das soll nie mal abbauen irgendwie bruselt gerade wieder keiner schon wieder ein angriff zwei böse badger also weiter geht's die können das hier ganz locker weg stehlen weil das mitten am feld ist aber eigentlich ist das nichts für die besonders weil es leer ist jetzt schon unterwegs ich glaube wir sind schon unterwegs und da haben sie auch was gekriegt ja da kommen sie zu spät ich glaube zwei rohe fässer haben sie geklaut ja da müssen wir gucken was das war hier ist das fischfass oder genau so ist es und was ist das daneben für eins das war für fleisch und was kommt da rein getreide und das vierte jetzt noch mal getreide das heißt hier machen wir das mehl fast mal schnell raus und wir brauchen noch was für brot war das jetzt bei roh das heißt aber äpfel und bieren waren da noch dran die da jetzt fehlen wahrscheinlich raw food barrel da ist es eins dahin und eins dahin passt na jetzt mache ich da was an was ich gar nicht anhaben will gut zwei fässer wieder herstellen und wenn die fässer da sind müssen wir sie neu bestücken gut das erste fass ist da äh zucker milch machen wir milch und eier rein ok und das zweite fass wenn es kommt machen wir dann den zucker und zuckerrohr rein wenn es denn dann kommt das ist ja auch noch so eine sache so getreide wird gerade abgearbeitet schaut's aus happiness ist 22 alle gehen da ans fass und tun da weizen rein oder holen sie auch raus so keiner hat den fass dabei es wird nur irgendwie alles umstationiert oder so keine ahnung ist jetzt wieder nacht da muss sich einer was zu essen gerade weg happiness 23 geht ja ich bin jetzt doch gern noch hier da wo die durchs dunkel laufen noch ein oder zwei kerzen stelle und ich glaube da ne oder ach ich mach das mal einfach dahin und ist gut passt schon aber ich glaube die ist jetzt tatsächlich verkehrt machen wir die da weg ja irgendwie haben wir da was schief eins zwei drei ja ja lass mal so egal ja kerze mehr ja eine zu wenig nachher und dann könnte da oben eigentlich auch noch gerade eine hin wenn wir schon hier sind ne passt gut wie weit ist es hier schon ein bisschen abgebaut davon und ist gut so da gehen vier mark marschiert ab hier bauen ab gut dann ist die eben auch nachher weg das ist ja auch nicht verkehrt so dann sind sie nicht gerade glücklich aber mit 27 hätte ich jetzt auch nicht gerechnet dafür dass die hier oben abbauen und so recht glücklich ne steine gibt es dann auch noch wieder ok dann muss es wohl einen stein spezialisten geben der die steine abbaut da oder was ah da ist er der kann das die anderen konnten das auch gut klappt so dann noch vier stellen macht man gerade und dann ist erst dafür wieder eine kleine pause weil so oft sollten wir das vielleicht nicht machen 27 ist jetzt und dann könnten wir vielleicht hoffen dass das bald wieder mehr wird dass wir dann ein paar Leute kriegen oder drei kerzen oder vier den macht auch noch keiner sind weitere dekorationen hier gebaut worden ich glaube nicht hier auch nicht äpfel sind gepflückt worden das passt ja schon mal hm gut gut prepared food barrel da ist ein brot drin und ein paar äpfel da sind auch brote drin alles gut wir haben auch noch da ist immer noch steg drinnen und da ist Fleisch drinnen äh Weizen drinnen das ist äh da müssen wir mal gerade gucken da oben da ne da zurück das war verkehrt hier auch nicht wo ist denn das beim kochen ist das golden auch ok wo ist denn das ding wo ist denn das ding oh da kommen ein händler pultry pork steak roast achso das wird aus verschiedenen sachen hergestellt wenn es der vor kicken kitchentern roe steak brauchen wir da da auch roe pork roe poultry und da roe bechamie und was hat man hier drinnen wo ist denn snowed steak das heißt da müssen wir nochmal versuchen gehen wo man für das braucht ne und das war jetzt verkehrt irgendwo muss es ja bei sein oder gibt es das gar nicht ah mushrooms brauchen wir da oder dschungel mushrooms und dann dieses steak und bucket of water or milk alles klar gut der händler kommt 25 ist die happiness können auf jeden fall weiter laufen lassen jo dann wollen wir mal schauen wie es weiter geht da steht noch eine harfe an der falschen stelle machen wir da mal eine hin na ich hätte vielleicht die shift taste drücken sollen und da die zweite dann passt das schon da oben war ja noch eine irgendwo ne da dann holen sie die da vielleicht weg und stellen die dann dahin gut aber ich würde sagen für die folge soll es reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr nächstes mal wenn wir den händler abfertigen auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss